Stell dir vor, du fährst Achterbahn und zwar eine mit Loopings, mit Schrauben und mit wilden Talfahrten. Ungefähr so kannst du dir das Gefühlsleben eines Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung vorstellen. Betroffene leiden unter extremen und unkontrollierbaren Emotionen. Mal sind sie euphorisch und super gut drauf und dann wieder ängstlich, reizbar oder wahnsinnig wütend. Das klingt ziemlich anstrengend, oder? Das ist es auch. Denn das Wechselbad der Gefühle bringt die Erkrankten oft an ihre Grenzen. Um sich Erleichterung zu verschaffen, verletzen sie sich dann selbst oder tun sich sogar Schlimmeres an.